Liebe Wanderfreunde, wir begrüßen euch heute auf der ersten Etappe des Neckarsteigs, den wir zusammen mit Sarah und Marco gehen. Wir freuen uns, dass wir heute hier dabei sein dürfen und deswegen möchte ich jetzt gleich mal an den Jute Marco abgeben. Ja, wir freuen uns heute auch, euch begleiten zu dürfen. Wir gehen heute den Neckarsteig und zwar die erste Etappe. Diese Wanderung hat etwa 13 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Genau. Und dann Ciccone. Guten Morgen. Eike, morgen. Wir haben noch zwei mitgebrochen für euch. 1200 Stufen. Keine Ahnung, wie lange die Etappe brauchen. Können wir auch mal so ein schönes Video machen, das ist wirklich ein Fehler. So, an den Vorbeilaufszenen auch zu laufen. Wir sehen uns, wir gehen Christian. Wesentlich freundlegend. Für die Etappe ein, was wir Pixie derechos 가 suffer. Muss ich愿意 aplicliner Anerkennung. Losалась Mischen. Spiel. Für die Etappe dabei. Vers singers Pues bin specifications. Mit dieser tollen Aussicht sind wir extra hierher gekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik Wenn ihr da zu diesem Team aufgerätet habt ihr das dann rauszuhaben, ihr müsst auf keinen Plan warten. Nein. Ja, was stimmt ja auch? Weggeschneiden? Danke. Lass mich raus, lass mich raus. Ich will nicht. Ich rufe Kugwein. Realmente geschehen. Ich rufe Kugwein, die ich hier habe. Ich rufe Kugwein und Kugwein. Musik Musik Und schaut auch bei Jim und Chef vorbei auf dem YouTube Kanal, der macht echt schöne Videos, immer zum Lachen, schaut einfach mal rein, ich werde es unten verlinken, also bis dann, ciao, ciao Musik Ciao und bis nächste Woche So, jetzt haben wir richtig schöne Damen im Schirm und beim Chef gehabt Und wissen Sie was, die haben einen richtig toller YouTube Kanal, die es wird, da können Sie mal reingucken, die freist sich bestimmt arig Musik Bis bald, macht's gut Tschüss ihr Freunde Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017